Aber was ich dann halt gemerkt habe, auch in dieser ganz anderen Welt, wo man dann plötzlich so in der Öffentlichkeit ist, man ist ja total ungeschützt. In der Modelagentur hast du schon so deine Modelagentin und nach so vielen Jahren, man hat ja auch richtige Freundschaft kreiert, da hat man geguckt auf einen und dann so war das plötzlich anders. Es war mehr Ellenbogen, es war brutaler einfach. Also wenn man jetzt immer so denkt, diese Modelwelt ist brutal, also diese Welt der Öffentlichkeit mit Agenten, ich hatte dann wirklich bis heute also eigentlich immer Schwierigkeiten, ein gutes Management.